so wir haben wir jetzt einen fünften advent und wie ihr schon hier seht hier gibt es einen anderen adventskalender hallo und herzlich willkommen zum neuen video jetzt geht es ja hier um die weihnachtsgeschenke 2022 zunächst einmal was wichtige geschenke angeht den eiskratzer hatte ich schon kollegen von einem anderen kollegen habe ich im gegenzug eine schlüssel tasche und euro stecker geschenkt bekommen und das noch verpackte muss ich noch auspacken und jetzt geht es weiter mit den anderen geschenken so hier wie gesagt geschenke das tue ich noch verschenken das ist eine im gartenlicht und das hier ist anlässlich silvester ein spiel so hier bei den geschenken das muss ich auch noch verschenken kalender und schlusseranlagen hier das hier ist ein sturmfeuerzeug wenn es nicht erkennbar ist so hier noch mal ein paar sache t-shirt beziehungsweise sweatshirt art mäßig hier kommen ein paar weitere weihnachtsgeschenke dvd socken und brille türen weitere geschenke hier art mensch ärgere dich nicht und hier im bilderrahmen und hier noch die abschließenden familiären weihnachtsgeschenke wobei zu sagen ist ich weiß nicht was ich bekommen ob ich überhaupt was bekommen weil das derzeit ein familienzwest gibt so jetzt zum abschluss kommen noch ein paar geschenke die ich bestellt hatte aber nicht rechtzeitig ankamen weil dhl hat ein paket verschlampt das geht nur an die arbeit und damit sage ich jetzt mal bitte like das video trotzdem euch frohes fest wir sehen uns demnächst